Das heftige ist jetzt, Freunde, wir werden ein richtig perverses Spiel spielen und wir werden Putin spielen und wir werden eine russische spielen. Perverses Spiel aller Zeiten, glaube ich. Let's go. Heftig. Ich bin selber gespannt. Ich kenne das Spiel nicht. Wo wollen wir anfangen? Im Haus? Im Wald? Im Park? Oder auf der Straße? Ich weiß auch gar nicht, was überhaupt unser Ziel ist hier, was wir machen müssen, um ehrlich zu sein, aber wir probieren es aus. Krank. Eine russische Phobie. Kann nicht gut werden. Ich sehe es jetzt schon. Putin kommt. Boah, es ist zur Hölle. Ah, was ist going on? Who is it? What the fuck? Okay, looks like yesterday was fun. Time to get up. Wo hin? Das ist gar nicht, was unser Ziel ist. Ich muss das Haus cleaner. Ich hoffe, die Nachwürfler nicht merken. Will das ein Mensch? Will das ein Mensch? Will das ein Mensch? Das ist bei mir. Was zur Hölle? Was muss ich machen? Nehmen wir einfach mal die Scheiße an. Hä? Hat jemand an der Tür geklopft? Putin, hier. Ach, guck mal, wir können ihn küssen. Ein bisschen Geldsäcke. Flashlaufwerke. Was? Was zum... Hä? Also, ich frag mich ja, was unsere Aufgabe hier ist. Guck mal, hier. Boah, das Game ist richtig krank. Ehrlich, jetzt mal ehrlich. Kann man die Scheiße hier verbrennen? Nein. Wir haben schon... Guck mal, unten rechts, Leute. Wir haben 160 Scheiße gefunden. Oh, fuck! Oh mein Gott! Boah, hab ich mich erschrocken. Was will er denn von mir? Das ist gut. Alter! Wer ist er? Alter! Also, ich weiß zwar nicht, was die wollen. Dieses Game ist äußerst kurios. Ich renne jetzt einfach. Hör zu. Ich weiß gar nicht, was die wollen von mir. Das ist überhaupt unsere Aufgabe. Was wollt ihr denn? Ist das hier... Warum schlagen die mich? Das ist Geld klauen, glaube ich. Hebt die Scheiße auf. Ich glaube, wir müssen uns beeilen. Ich bin mir nicht sicher. Alter, was... Also, dieses Spiel ist doch komplett gest... Putin! Oh, das war gar nicht Putin. Was ist das für ein krankes Spiel? Ich mach's echt aus. Das Spiel wird keiner spielen, ehrlich. Boah, ich hab mich gerade erschrocken, ey. Wir müssen auf jeden Fall mal ein anderes Level von dem Spiel spielen. Das ist doch geistig gestürmt. Was ist das für ein krankes Spiel? Was ist das für ein krankes Spiel?